Krasmann Krasmann Ist denn da? Hallo? Ist denn da? Henry Krasmann Wir müssen dringend was miteinander besprechen Wer ist denn da? Dieter Bohlen Bitte? Dieter Bohlen Krasmann Ja hier ist Dieter Bohlen Ich verstehe leider ganz schwer nur Wir müssen dringend was miteinander besprechen Hallo? Wer ist denn da? Henry Krasmann Dieter Bohlen Ja? Wir müssen dringend was miteinander besprechen Was müssen wir denn besprechen? Ich habe da einen Deal am Wickel Da kriegt man 1300% wieder Ich weiß nicht so genau Hören Sie mal zu Ich gebe 100.000 Mark Du kriegst in einer Woche 110.000 Mark wieder Ja hier ist Dieter Bohlen Wir müssen dringend was miteinander besprechen Wer ist denn da? Wo bin ich denn hier? Ja hier ist Hallo? Könntest du das bitte mal wiederholen? Die Qualität war noch nicht so 1A Wie bitte? Könntest du das bitte mal wiederholen? Die Qualität war noch nicht so 1A Hey kennt ihr diese Feldbusch? Die habe ich auch schon mal geknallt Wie denn? Hey kennt ihr diese Feldbusch? Ja klar Wie denn geht ihr? Wie denn ist bei Yahweh? 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 Bist und da. Bist und da. Wo bin ich denn hier? Dort. Warum fängst du nicht bei uns an? Herzlich willkommen bei der Deutschen Bank. Guten Tag, meine Damen und Herren, Sie sind weg. Tag Bohlen. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Hans, Mann, ich kann Sie nicht verstehen. Was war Sie bitte? Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Sie sind jetzt im bundesweiten Service. Wo soll der Herr Schmidt sitzen? Ich weiß nicht so genau. Ja, dann tut es mir leid. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich, Bundesweite, das müssen Sie mir schon sagen, Herr Schmitt. Hören Sie mal zu. Ich habe da einen Deal am Wickel. Da kriegt man 1300 Prozent wieder. Ja. Ja, hier ist Dieter Boden. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? In der Filiale ist jetzt keiner mehr zu erreichen. Das tut mir leid. Nein. Wie, 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 was soll das denn? Sie sind jetzt telefonischen Kundenservice der Deutschen Bank. Du, das ist überhaupt kein Ding. Bitte? Hören Sie mal zu. Was möchten Sie bitte? Ich habe da einen Deal am Wickel. Da kriegt man 1300 Prozent wieder. Sie sind jetzt im telefonischen Kundenservice der Deutschen Bank. Ja? Wie kann ich... Ja, klar. Ich übernehme die Firma meiner Eltern und vorher mache ich noch ein Jahr so eine Art Praktikum in einer anderen Firma. Ich werde nicht erreicht werden.